Hallo! Central Music ist ein crazy-Hufer von Leuten, die Künstlerinnen und Künstler in der Pop-Szene und in den Kirchen vernetzt und schult. Und die Frage, die uns dabei antreibt, ist, wie wir unseren gelebten christlichen Glauben um gute Kunst natürlich unter einen Hut bringen können. Immer wieder werden wir dabei gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, bei Central Music mitzuarbeiten. Und die gibt es jetzt! Und zwar in Form von unserem Thema-Projekt. Wir wollen dir die Möglichkeit geben, dass du dich mit deinen Fähigkeiten in unser Team geben kannst und gleichzeitig deine Beziehung zu Jesus stärken kannst. Du kannst also ganz praktisch während 10 Monaten im Team von Central Music dabei sein. Innerhalb dieser Zeit wirst du mit uns an Events sein, bei diversen Projekten mitschaffen, siehst, was wir machen und kannst deine Talente und Fähigkeiten einsetzen. Du wirst Mentoring und Coaching bekommen, theologische Lehrgänge besuchen und hast ein auf dich zugeschnittenes Selbststudium. Hey, klingt das bei dir? Dann besuch unsere Timo-Website und bewirb dich bei uns. Wir freuen uns auf dich! Tschüssi poratni! Sbu rays bevi raisew Sono schön! Untertitelung des ZDF, 2020